Wir haben in Legacy jetzt aktuell sehr viele Tier-1-Decks, über die wir wirklich mal reden müssen. Und das erste Deck, was ich euch heute vorstelle, ist ein Deck, das so schon in der Meta ganz, ganz lange vorhanden ist. Und die letzten paar Mal habe ich es immer von Domme vorstellen lassen. Er war und ist auch bei uns so der Delver-Guy. Aber ihr seht es ja schon im Titel, Kriegs ist Delver. Ich zeige euch das heute. Ich habe es auch ein bisschen damit rumgespielt. Magic Online 1-2-Ligen macht. Ja, es kommen Videos, es kommen Videos. Keine Sorge, schlag mich nicht. Ja, ich habe ein paar Ligen damit gemacht und viel wichtiger, ich habe bei uns auch einen FNM damit gespielt. Und ja, habe 4-0 gespielt. Dementsprechend war das ganz gut. Was macht das Delver aus? Wir haben erstmal eine Menge Fettschlender und zwar 2, 4, 6, 8 Fettschlender. Fettschlender, alle entweder mit Blau oder mit Schwarz-Rot. Und irgendwer kann bestimmt mal in die Kommentare schreiben, warum ich jedes Fettschland zweimal habe. Das habe ich schon so oft erklärt. Dann 3 Volcanic Islands. Das Deck ist nicht günstig, weil wir haben 6 Duels drin. 3 Volcanic Islands für die blau-roten Spells und 3 Underground Seas für die blau-schwarzen Zauber. Ich spiele kein Basic. Dafür spiele ich 4 Wastelands. Wastelands hier einfach drin, um nochmal Länder zu zerstören. Denn Wastelands funktioniert sehr, sehr gut mit einer anderen Karte, die wir spielen. Mit dem Spell, der jetzt nächstes kommt. Denn Wasteland und Daze sind immer so in einem Wort genannt. Warum? Daze, das spielen wir auch 4 Mal, und Wastelands sorgen dafür, dass wir dem Gegner halt Mana wegnehmen und er dann Mana bezahlen muss, um zum Beispiel unsere Threat zu zerstören, also unsere Kreatur zu zerstören oder um in seinem Gameplan weiterzukommen. Und das kann er meistens nicht. Dementsprechend ist er da ganz oft einfach hinten dran auf einmal und muss damit leben, dass er zurückhängt. Und dieses Zurückhängen müssen wir möglichst lange halten. Das ist die Kurzübschreibung für Tempo. Wenn ihr mal den Unterschied zwischen Tempo und Agro erklärt haben wollt, mache ich dazu mein Erklärvideo. Könnt ihr aber auch in die Kommentare schreiben, dann weiß ich da Bescheid. So, wie gesagt, wir spielen Delver, 4 Forza Fill, wir spielen Blau. Wir counteren den Zauber. Und statt 5 Mana zu bezahlen, weil die kriegen wir selten zusammen, können wir auch einfach eine blaue Handkarte aus der Hand removen und ein Leben zahlen und die Karte einfach dann so casten, ohne Mana-Kosten zu bezahlen. Sehr, sehr wichtig. Ich habe schon gesagt, wir spielen Blau, 4 Ponder. Wir gucken die obersten 3 Karten an, legen die zurück, können dann eine ziehen oder das Deck shuffeln und dann also mischen und dann eine Karte ziehen. Auch hier sehr gut. Dann Brainstorm, 4 Stück. Wir ziehen 3 Karten, legen 2 wieder oben drauf. Wir haben eine Menge Fettschlender und das ist sehr, sehr stark. Wir ziehen die Karte, tun sie wieder oben drauf und dann shuffeln wir das weg. Wir mischen schlechte Karten weg und haben nur noch gute Karten in der Hand. Das ist das Brainstorm-Game, das wir haben. So, und der ist doch für andere Karten ganz gut. Dann spielt das Deck auch Lightning Balls und ich spiele ein One-Off-Lightning Ball. Nur einer. Einer reicht. Einer reicht vollkommen. Wir spielen mit Brainstorm, Ponder und so viel Dick und so viele Wühl- und Such-Effekte, da brauchen wir nicht mehr als einen. Einer reicht vollkommen aus. Jeder Dava-Spieler, der aktuell in einer Meta voller Psychic Frogs sagt, mehr als ein Lightning Ball, hört ihm nicht mehr zu. Meistens spielen gar keinen mehr. Ich spiele noch einen, weil ich mag den Player-Removal. Denn die ganzen Lightning Balls wurden ersetzt durch Fatal Pushs. Fatal Pushs, ein zweites Mana, wir zerstören eine Kreatur, Mana kostet von zwei oder weniger und wenn wir revolted haben, können wir einen mit vier oder weniger zerstören. Ja, ist ganz, ganz okay. Also ist eine gute Karte und lustigerweise, man kann damit auch eine Kreatur zerstören oder versuchen zu targeten, die weniger Mana-Kosten hat als zwei. I have Dennis sagt, destroy that creature, if it has Mana cost two or less. Also zerstöre sie, wenn sie die hat, aber spielen und targeten dürfen wir die Karte trotzdem, das ist sehr, sehr wichtig, da kommen wir gleich zu. So, dann haben wir weitere Karten, die wir spielen. Zweimal Molten Collapse, mehr Removal braucht das Land. Ein rotes und schwarzes, wir können eins aussuchen, wenn wir Descended haben, also eine Karte vom Feld auf den Brüder vergangen ist. Fetschlender. Können wir das mehrfach nutzen, also können wir beides wählen. Wir können entweder Kreatur oder Planeswalker zerstören, den Planeswalker-Parsus auch nicht zu unterschätzen, aber die Kreaturen-Parsus ist der meistgespielte. Und wir können den Non-Creature, Non-Land-Permanent Mana-Kosten-Horn eins oder weniger zerstören. Das ist sehr gut gegen Waxing-Bubble, sehr gut gegen Chalice of the Voids und ja, dementsprechend einfach eine sehr gute Karte, zweimal drin. Ist ganz nett. Dann haben wir noch, also Abschluss, bevor wir zu den Kreaturen kommen, drei, vier mit Trust-Bubble. Null-Mana-Artefakt, tappen, opfern, die oberste Karte des Decks eines Spielers unserer Wahl anschauen und dann zum nächsten abgekürmene Karte ziehen. Das ist ein Null-Mana-Spell, auch der Descendant hier ganz schön in den Molten-Collapse. Und er funktioniert natürlich mit einer der besten Kreaturen des Decks ganz gut. Denn ich spiele Oldschool, ich spiele nicht mit Nether-Golfs und mit Tamios. Ich spiele mit Dragon Rage-Channelern und Delver of Secrets, kann ich jetzt schon mal sagen. Dragon Rage-Channeler ist eine sehr gute Karte, um mit Mischras-Bubble zum Beispiel zu starten. Denn das kann dafür sorgen, dass wir halt schon Turn 2 einen Delirium-Ten Dragon Rage-Channeler haben. Das ist ganz cool. Und dazu kommt, wie gesagt, Dragon Rage-Channeler auch mit den anderen Spells. Man kann Fatal Push einfach casten, wenn man die oberste Karte des Decks wirklich, wirklich irgendwie braucht. Ein Counterspell oder sonst was, auch gegen ein Combo-Deck oder so, wo man halt gar keine Reacher-Emovals braucht. Kann man den einfach spielen, um dieses Surveil-Trigger zu bekommen. Denn der Dragon Rage-Channeler ist ein 1-Mana-1-1er. Der sagt, immer wenn nicht Kreaturen-Zauber gespielt wird, zum Beispiel Artefakt, Instant Sorcery, Planeswalker, Verzauberung und so weiter und so fort, dann können wir Surveil 1 machen. Wir gucken uns die oberste Karte des Decks an und können die in Friedhof legen. Sehr, sehr mächtige Fähigkeit. Und wenn wir vier oder mehr Kartentypen im Friedhof haben, kriegt der plus zwei, plus zwei und fliegt. Und muss jede rune angreifen. Aber das tun wir mit dem Decks sowieso. Also das ist praktisch ein 1-Mana-3-3er, der Value generiert. Sehr, sehr gute Karte. Dann als nächstes haben wir den Delworth Secrets. Das ist eine sehr alte Karte. Alt aus Innistrad 1. Ja, ich weiß, es ist weird zu sagen, das ist alt, aber es ist alt. Delworth Secrets ist eine 1-Mana-1-1er, der zu Beginn des Versorgungssegments die oberste Karte unseres Decks angucken lässt. Das heißt, wenn es eine Incident or Sorcery ist, können wir die vorzeigen und den transformieren. Transformieren heißt, wir drehen den auf die andere Seite um. Und dann ist der ein 3-2-Flieger, der halt damit 3-2 fliegend ins Gesicht fährt. Genau wie der Dragon Ratchet damit 3-3 fliegend ins Gesicht fährt. Und das ist schon ganz cool, weil wir damit halt wirklich eine Menge fliegende Threads haben, die dem Gegner einfach ins Gesicht hauen. Und das ist das Ziel des Decks. Wir droppen einen 1-Mana- oder 2-Mana-Thread und hauen so lange auf den Gegner ein, bis er tot ist. Und derzeit nerven wir mit Counterspells und Removal. Und das machen wir so schnell, wie wir irgendwie können. Und ja, das ist halt mit dem Delver. Mit dem Delver gibt es auch einen kleinen Trick mit der Mischras-Bubble, den ich immer wieder Leute sehe, wie die den vergeigen. Wenn ich damit starte, Delver of Secrets und Mischras-Bubble zu haben, anders als beim Dragon Rage Channeler, wo ich Dragon Rage Channeler, dann Mischras-Bubble, dann die oberste Karte surveile, meistens in den Friedhof gehen lasse oder wenn ich sie brauche, obendrauf lasse, dann direkt die Bubble crackle, damit ich im Gegnerzug die Karte, die ich surveilt habe oder eine neue Karte habe. Beim Delver of Secrets Start mache ich das nicht. Ich spiele erst den Delver als 1-Mann-1-1er, lasse den Gegner in seinen Zug gehen und öpfere dann erst die Mischras-Bubble. Und zwar gucke ich mir die oberste Karte meines eigenen Decks an, denn ich kann die verschieden stacken. Ich kann sagen, ich möchte erst eine Karte ziehen und möchte dann die oberste Karte des Decks aufdecken und wenn es eine Instant-Or-Sorcery ist, transformiert der. Oder ich kann erst transformieren und dann eine Karte ziehen. Der Vorteil ist, wir gucken uns mit Mischras-Bubble die oberste Karte des Decks an. Sollte es ein Instant-Or-Sorcery sein, dann transformieren wir natürlich zuerst und ziehen dann eine Karte. Also, so wie wir es machen, auf dem Stack müssen wir es natürlich anders drum hinlegen, damit es von oben nach unten abgearbeitet wird. Stack-Video muss ich auch noch eins machen. Oder wenn ihr eben kein Instant-Or-Sorcery obendrauf liegen habt, also Spontanzerplexerei, dann zieht ihr erst eine Karte und revealed dann die Karte darunter, die vielleicht eine Instant-Or-Sorcery sein könnte. Und das ist halt eine Sache, die ganz viele Leute einfach nicht raffen. Also, die babbeln dann den Gegner, weil sie es gewohnt sind. Ich will wissen, was du ziehst. Oh, mein Delver fliegt nicht. Oh, scheiße. Gut, ja, dämlich. Macht das nicht, macht lieber euren eigenen Trick. Dann, auch mittlerweile ein Standard seit MH2, genau wie der Dragon-Rage-Sorcery in dem Deck, Merktide Regent, ist ein 7-Mana-3-3er mit Delft. Das heißt, wir können Karten aus dem Friedhof exilen, um die Mana-Kosten zu reduzieren. Fliegend 3-3, immer wenn der in der Instant-Or-Sorcery aus dem Friedhof irgendwo hingeht, dann kriegt der eine Plasanz-1-Marke. Und für jede Karte, die wir exiled haben mit ihm, also mit Delft haben, die ein Instant-Or-Sorcery ist, kriegt der auch schon eine Plasanz-1-Marke. Das heißt, der kommt oftmals als, also maximal kommt der als 8-8 da rein, meistens kommt der so als 5-5-6-6 irgendwie da rein. Weil, man muss auch aufpassen, man will nicht zu viel aus seinem Friedhof wegfressen, sonst gehen einen die Dragon-Rage-Channeler aus. Dann haben die kein Delirium mehr. Das ist manchmal ein bisschen nervig. Dementsprechend achtet da ein bisschen drauf, dass die nicht Delirium verlieren. So, dann eine weitere Kreatur, die man sehr, sehr häufig da drin sieht. Brazen Burrower. Das ist tatsächlich ein Slot, in dem man auch einen anderen Removal-Spell spielen kann. Ich hab mich für den Brazen Burrower entschieden, einfach nur, weil ich teilweise es wirklich brauche. Wenn ich das Tempo auf meiner Seite hab, dass ich da nur noch Threads reinwerfe, und zwar so schnell, wie es nur irgendwie geht, um dem Gegner halt richtig schnell das Gesicht zu massieren. Und ja, da hilft der Brazen Burrower auch. Für 2-Manna können wir entweder eine Non-Land-Permanent-Bouncen, gerade Mirror sehr stark. Oder es ist eben ein 3-1-Flash-Fliegender, der nur Fliegender blocken kann, aber das ist irrelevant. Wir wollen ja dem Gegner ins Gesicht hauen. Und dann können wir end of turn noch einen reinflashen und mit drei Damage mehr reinhauen, womit der Gegner nicht gerechnet hat. Deswegen spiel ich einen One-Off-Brazen. Und dann natürlich die Karte, auf die alle gewartet haben. Psychic Frog. Blau ist und schwarz ist immer, wenn sie einem Spieler- oder Planeswalker-Schaden zurückziehen wie eine Karte. Dass da Planeswalker draufsteht, ist unterirdisch. Wir können eine Karte abwerfen, um eine Plus 1-1-Mark auf den Psychic Frog zu legen. Das machen wir in diesem Deck sehr selten. Und wenn wir das tun, dann meistens eher irgendwas, was wir gerade nicht gebrauchen können. Oder weil es halt hinter einer Chalice oder einer Vaxing-Bubble liegt, dass wir dann Karten, die auf 1 sind, die gecountert werden, wie Brainstorm, Ponder, abwerfen. Oder eben Phosphil oder Days, die halt von der Vaxing-Bubble gecountert werden. Die werfen wir dann halt manchmal rein, aber das ist eher selten der Fall. Und man kann für drei Mana den Fliegen geben, um halt die Gegner zu hitten. Er hat den Slot von Bowmastern im Deck genommen. Und ich glaube tatsächlich, dass das nicht mehr lange dauern wird, dass dieses Deck sich weiter verlangsamt. Denn dieses Deck, also ich finde Psychic Frog, by the way, nicht overwhelming, nicht broken. Ich habe in letzter Zeit sehr viel Monorad Prison gespielt mit Goif. Wenn ihr das sehen wollt, da kommt demnächst auch ein Deck-Tag zu und wahrscheinlich ein Magic Online-Liga. Psychic Frog ist nicht so die karste Karte. Das Meta muss sich nur dagegen adapten. Alle Leute heulen aktuell rum wegen Psychic Frog. Alle Leute hängen da, schlimme Karte, muss gebannt werden. Hört da mal auf zu heulen. Alter. Dieses Deck hat sich adaptiert und hat dann halt jetzt Fatal Push gespielt, statt Bowles. Weil Bowles töten den halt nicht. Ich spiele Bowles auf ihn, er geht da mit zwei Karten ab, ich habe die Karte immer noch im Problem. Ah, ich mag immer meine Lightning Bolts, ich möchte die im Deck behalten. Ja, dann spiel eine andere Meta, spiel ein anderes Deck. Wir wollen hier Competitive Magic spielen. Da musst du dich auf neue Contender einstellen. Und das ist zum Beispiel Psychic Frog. Bowmaster hat man sich auch eingestellt. Und Psychic Frog wird genau denselben Weg gehen. Meiner Meinung nach. Es sei denn, es ist wie beim White Plum Adventurer. Twitter heult zu viel und dann wird er dann doch gebannt. Unnötigerweise, aber nur weil Leute rumheulen, sich nicht adaptieren wollen. So, so oder so. Es gibt Listen, die tatsächlich die Delve of Secrets ausgetauscht haben gegen Tamios. Und damit den neuen Planeswalker-Trend aus MH3 folgen. Was halt dafür sorgt, dass das Deck sehr viel langsamer ist. Und ich glaube tatsächlich, dass wir gerade auf einem Weg sind, auf dem Delve immer langsamer wird. Und immer langsamer wird, bis es das Tempo so weit verloren hat, dass eine Agro-Version vom Delve, der Dom hat euch ja auch schon eine UR-Version zum Beispiel mal gezeigt, oder eine Rack-Version, tatsächlich besser wird als das, was hier drin passiert. Und da bin ich halt mal gespannt. Da bin ich wirklich, wirklich gespannt, was damit dann passiert. Aktuell spiele ich das hier, diese Liste, genauso und sie funktioniert sehr, sehr gut. Gucken wir mal ins Sideboard. Im Sideboard haben wir folgendes. Wir haben zwei Force of Negations. Das sind nochmal Counterspells, mit denen wir nicht Kreaturen-Zauber kontern können, die sogar exiled werden. Wo wir auch blaue Karten abwerfen können, aber nur im Gegnerzug. Sehr, sehr gut gegen Storm-Decks, gegen Combo-Decks allgemein und so weiter, weil da können wir so viele Karten rausnehmen. Oftmals reicht ein Counterspell, vielleicht sogar zwei, um sie zu verhindern. Deswegen sind mehr Counterspells hier drin. Dann gegen Artefakt-Decks, zwei Meltdowns. Bei uns laufen immer noch eine Menge Artefakt-Decks rum, bei uns laufen auch immer noch eine Menge von den Ursa-Saga-Decks rum. Und dementsprechend Meltdown, einfach die Karte, die ich ganz gerne drin habe für ein rotes und X. Das chillen wir alle Artefakte mit X oder weniger. Einfach ein gutes Ding. Man kann auch Nile Rod spielen. Ich spiele aktuell lieber Meltdown. Dann Consigned to Memory. Meltdown übrigens auch gut gegen Wechseln-Bubble. Consigned to Memory, eine der teuersten Karten, wie ich gesehen habe. Ein Ankammenslot aus MH3. Krass ist die gestiegen. Ein blaues als Instant. Countern wir eine Triggered Ability. Also keine Activated. Nicht, wenn irgendwo ein Doppelpunkt dabei ist, sondern eine Karte. Triggered bedeutet normalerweise, dass da When, Whenever und sowas davor steht. Und das sind Triggered Abilities. Die können wir stifeln. Oder Consigned to Memory. Stifeln ist ja der Begriff dafür. Oder wir können einen Farblosen-Zauber kontern. Wir können ihn aber auch replicaten. Das heißt, wir können für zwei Mana, was sehr wichtig ist, sowohl den Cast-Trigger eines Mycosymph-Eldrasis kontern, wie auch den Eldrasi kontern. Das ist halt sehr gut und sehr wichtig. Dann, wo wir gerade bei Countern sind. Ein Hydroblast. Monorad Prison mit Pyrogolf sind auf dem Vormarsch. Blood Moon kriegen wir anders nicht los, als den zu Hydroblasten, wenn er denn auf dem Stack ist. Und ja, im Mirror gegen andere Blasts und gegen den Dragon Rage Chandler ganz gut. Ist einfach eine gute Karte. Wichtig hier ist einfach, dass man genau wie bei dem Pyroblast, den ich euch gleich zeige, einen Spell countert, wenn er rot ist. Oder einen Permanent zerstört, wenn es rot ist. Das heißt, man kann ihn auch einfach so in den Dragon Rage Chandler spielen. Auch hier sehr wichtig. Das ist der einzige Grund, weshalb ich in diesem Deck nicht den Pyroblast Red Elemental Blast Split mache. Den ich sonst eigentlich immer mache. Und immer den Leuten sage, in diesem Deck habe ich ihn nicht, weil ich ihn nicht gut finde. Und das liegt halt am Dragon Rage Chandler, das liegt am Murtide Regent. Denn wenn wir ihn groß haben wollen oder den Trigger haben wollen, dann müssen wir die Karte casten können. Das überwiegt dem Negativen, dass der Gnounzer Surgical hin kann. Meiner Meinung nach. Genau. Pyroblast, ähnlich wie der Hydroblast, können wir halt was zerstören, was blau ist oder was counten, was blau ist. Zum Beispiel gegnerische Merktites oder zum Beispiel Psychic Frogs. Kann man ja mal überlegen, ob man davon ein paar spielen möchte. Dann ein bisschen Gravechart-Hate, ein One-Off-Surgical, eine der besten Gravechart-Karten. Es gibt manche Delver-Listen, die das Auto spielen. Die anleistend höher ist, die finde ich zu langsam. Also in Zeiten von Grief war die besser. Jetzt ohne Grief, muss ich sagen, würde ich die einfach rausnehmen. Es sei denn, ich spiele gegen sehr viele Merktite Regions. Dann würde ich die wahrscheinlich drin lassen. Oder ich würde halt die zweite Niel Spellbomb spielen. Beziehungsweise dann würde der wahrscheinlich Surgical gehen. Die Niel Spellbomb, einmal eine Art Fakt, tappen, wir exilen einen Friedhof unserer Wahl von einem Spieler. Und wenn ihr im Friedhof geht, können wir in schwarz bezahlen, um eine Karte zu ziehen. Surgical habe ich jetzt nicht vorgelesen. Damit kann man eine Karte komplett aus dem Spiel rausnehmen, wenn man sie aus dem Friedhof rausnimmt. Auch sehr gut. Man konnte sie ja lesen. Die Karten kann man ja lesen. Dann spiele ich im Sideboard zwei der Bowmaster. Diese Bowmaster, dieser Slot davon, könnten auch der Floodmage sein. Also der Magus of the Moon in Blau, der neue Meervolk. Ich habe mich dazu entschieden, die Bowmaster zu nehmen, weil bei uns Blau wieder auf dem Uprising-Tick ist. Und gerade jetzt, wenn ich einfach sehe, dass Ubi Reanimator immer noch ein Tier-1-Deck ist und auch viele andere Decks einfach blau aktuell spielen, sind zwei Bowmaster am Sideboard besser, als wenn ich hingehe und irgendwelche Länder zu Inseln mache und mich selber von Mana-Farben abschneide. Dementsprechend spiele ich aktuell zwei Bowmaster. Das kann sich wieder ändern, wenn jetzt mehr Cradle Control, also heute hat ja zum Beispiel Mangucci ein Riesenturnier gewonnen in Bologna, also gestern für euch, wo er mit Cradle Control das runtergeraut hat. Gegen solche Decks ist der Floodmage natürlich gut und der Bowmaster sehr schlecht, weil Cradle Control ist traditionell dadurch entstanden, dass Elfen keine Elfen mehr spielen wollten wegen Bowmaster. Und ja, da muss man eben schauen, so ein bisschen Metacall, ob man hier einen Orcish-Bowmaster oder den Floodmage spielen möchte. So, und als letzte Karte habe ich mittlerweile im Sideboard verbannt eine Go for the Throat. Go for Throat zweimaler Instant wird zerstörende, nicht Adafakt-Kreatur. Also, warum dieser Spell? Es gibt ganz viele andere Spells, wie zum Beispiel diesen zwei Mana-Zerstörende Kreatur mit Mana- oder Planeswalker mit Mana kosten drei oder weniger, kann ich gecontert werden, bla 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 bla. Diese Karte zerstört Eldrasis. Diese Karte zerstört Murktide Regions. Diese Karte zerstört Frösche, klar. Aber diese Karte zerstört eben auch viele der traditionellen Gegner, wie zum Beispiel Orcish Bowmaster oder andere schlimme Karten, die gegen mich gespielt werden können. Und Artefakt-Kreaturen sind aktuell eben selten. Und wenn es Artefakt-Kreaturen sind, habe ich eben meinen Meltdown. Und deswegen ist auch der Grund, weshalb ich Meltdown-Spiele, weil ich es zerstören kann und nicht Null-Rod, wo halt sowas wie eine Wechslung-Bubble auf dem Feld bleibt. Lieber Meltdown, lieber es zerstören und dann Go for the Throat für Kreaturen nutzen, die eben Non-Artefakt sind. Und ja, dementsprechend auch hier Archon of Cruelty oder was nicht alles. Ein Troll, man kriegt damit alles weg. Ist ein Premium-Remover, der schon sehr alt ist und ja, dementsprechend immer noch gespielt werden kann. Deswegen spiele ich den als One-Off, als Instant im Sideboard. Gehen wir mal in den Talk vom Deck. Wie ihr sicher schon gemerkt habt, ist das Mainboard sehr viel schwarz-blaulastiger geworden. Das liegt viel am Frog und viel eben dadurch, dass Fatal Pushs statt der Bowls drin sind. Aber ich muss jetzt auch dabei sagen, wie gesagt, Psychic Frog, ihr habt meinen Rage-Kart eben gehört. Ich finde, Psychic Frog ist absolut eine okaye Karte. Wenn er dich drei-, viermal hittet, dann ist der Gegner so weit vorne, dass er wahrscheinlich gewinnt. Das ist dann so, dann sorgt er dafür, dass er dich nicht hittet. Wenn ein Grisselbrand dich dreimal hittet, dann hast du auch verloren. Oder eine Kaldra oder irgendwas. Also das ist sehr, sehr kurzsichtig gesehen und man kann eben ihn sehr gut herumspielen. Man kann eben sowas wie Fatal Push, Narset oder sonst was alles wieder spielen. Die Leute müssen es halt nur wieder machen. Die Leute müssen einfach nur gegen Frog wieder was machen. So, ich drehe ihn jetzt zu, weil ich nicht mehr Ragen will. Das Deck ist großartig. Ich liebe das Deck. Ich finde Delver sehr, sehr cool. Ich mag den Spielstil von Delver. Ich persönlich bastle es jetzt auseinander und baue ein anderes Deck. Weil ich mache das ja immer so das ganze Jahr schon, dass ich immer das Deck zum FNM spiele und euch dann das Deck-Tag danach präsentiere. Und ja, das ist in diesem Fall eben das Delver-Deck gewesen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wichtigste Karte für mich ist und bleibt der Dragon Raid Schändler und der Murktat Regent. Diese beiden Kreaturen sind der Dreh- und Angelpunkt dieses Decks. Der Dragon Raid Schändler ist eine der krassesten Early-Agro-Kreaturen, die ich je gesehen habe. Die ist so krass, wie die auf die Schnauze haut. Der Murktat Regent ist einer der besten Finisher, die man im Late Game finden kann. Der neue Removal mit Fatal Push und eben Pyroblast zum Beispiel, eine Menge im Sideboard, ist extrem effizient. Und man kann damit eben mit seinen Kreaturen ein bisschen mehr Haushalten, wie ihn ins Gesicht zu halten. Plus eben, diesen Bowmaster aus dem Sideboard, keiner rechnet aktuell mit Bowmaster. Ganz, ganz wenige. Und dann macht man den Bowmaster und hat zum Beispiel im Mirror den Gegner, der sitzt und sagt, ah, naja, scheiße, damit habe ich nicht gerechnet. Und ja, das kann eben passieren. Deswegen, der Bowmaster im Sideboard ist aktuell einer meiner Favorite-Karten. Ich weiß, der Floodmage ist gut, aber ich mag ihn aktuell einfach lieber. Das ist das Deck. Ich kann es euch ans Herz legen. Es ist sehr, sehr gut. Es macht sehr viel Spaß. Es hat auch sehr gute Chancen gegen zum Beispiel Frogs. Und wenn ihr ein Problem mit Frogs habt, dann spielt einfach dieses Deck. Dann joint der Frog, Frog Force und macht sie platt. Oder spielt halt irgendwie Monored Prison oder sowas. Aber so oder so kann ich euch das Deck wirklich empfehlen. Kriegst es selber, cooles Deck. Und ja, ich hatte eine schöne Zeit damit. Ich hoffe, ihr hattet auch eine schöne Zeit beim Video. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das tun. Bei Patreons, so wie diese coolen Leute das getan haben, die ihr hier seht. Sehr, sehr, sehr nette Menschen. Sehr, sehr, sehr vielen, 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 vielen Dank dafür, dass ihr mich monatlich unterstützt. Und vielleicht könnt ihr mich auch monatlich unterstützen. Oder wollt mich monatlich unterstützen. Ab drei Euro im Monat könnt ihr mich unterstützen. Es muss nicht jeder irgendeinen hohen Tür gehen. Drei Euro auch vollkommen fein. YouTube-Membership, wenn ihr keinen Patron haben wollt, ist auch da, ist auch kein Problem. Vielen, vielen Dank an alle Leute, die mich unterstützen. Und ja, wie gesagt, vielleicht überlegt ihr euch auch, ob ihr mich unterstützen könnt oder wollt. Seid nicht traurig, wenn ihr es nicht könnt. Tut es nicht, wenn ihr es nicht könnt. Dann ist abonnieren, Daumen nach oben dalassen, irgendwelchen Delver-Spielern das zeigen, dass man jetzt keine Bowls mehr spielt, sondern Pushs und mein Video teilen. Oder irgendwelche Social-Media-Seiten irgendwie teilen. Das ist auch eine Art von Unterstützung. Just saying. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß. Wenn ja, Daumen nach oben. Ihr kennt das ganze Spiel. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Hau ja, ich seht. Ciao, ciao.